Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Project 2, beim letzten Mal mit dem Botengang abgeschlossen und jetzt kommen wir direkt zur nächsten Mission. Er hat Mosleys Brief und ich wüsste zu gern, wohin er damit will. Ich muss ihn finden, sonst erfahre ich nie, was hier vorgeht. Der Kerl hat seinen Heimvorteil genützt und ist verschwunden. Aber da, auf dem Boden ist Blut. Ich hoffe, er ist zu sehr in Eile, um seine Wunde zu versorgen. So hinterlässt er eine wunderbare Blutspur, der ich bequem folgen kann. Wäre nur ärgerlich, wenn er schon unterwegs verbluten würde. Ich für meinen Teil habe keine Ahnung, wo ich bin und mit wem ich es zu tun habe. Und selbst wenn ich es wüsste, hätte ich keine Zeit, mich entsprechend zu bewaffnen. Also, tief durchatmen, Garrett. Und viel Glück. Suchen Sie eine Karte. Okay. Versuchen wir unser Glück, Leute. Ich hoffe deswegen, ich habe extra, ich wusste es ja, dass es kommt. Und habe mich deswegen extra ein bisschen mehr auf Kampf vorbereitet. Mit Breitkopfpfeilen und so weiter. Äh, die Wärme nicht brauchen, denke ich mal. So. Das ist der wunderschönste Wald, den ich je gesehen habe. So. Wir müssen also den Blutklecksen folgen. Dann machen wir doch mal. Ich hoffe, die Blutklecksen liegen. Ich hoffe, das Gras ist die ganze Zeit aufploppt, wie bescheuert. Liegt nicht auf den... Es liegt natürlich auf dem Blut, ne? Oh, cool. Hütte. Der Film mit der Hütte im Wald. Komm, Lilly, wir müssen gehen. Ihr Name ist Dewdrop und sie mag keine Magnix. Lilly? Ich muss nun fort. Dewdrop. Alles klar. Ames Mädchen. Das ist ja nicht mal eine Bestattung. Hier. Hier. Lilly muss das fünfmal als Hausaufgabe schreiben. Der volle Mond heißt... Nehne. Das Schicksal... Nehne. Der Schakal des Waldfürsten. Neumond heißt... Denen. Des Schakals dunkler Sch... Ah, okay. Das sind also irgendwie... Okay. Geriten vielleicht? Oder war es vielleicht etwas Schlimmes? Gibt er gesehen? Alter, volles Gesicht. Krass. Im Namen des Karras. Kommt heraus. Guck mal ganz geschmeidig da, Digga. Wohin ist der nur verschwunden? Vergiss es. Bleibs hier. Pernisten. Ja, die fehlen uns gerade noch, ne? Aber gut, aber gut, aber gut, aber gut, aber gut. Das sind halt unsere Gegner. Er ist der Imker, dessen Met uns erfreut. Er ist der Maulbeerbaum, dessen Blatt uns nährt. Er ist der Trickster, auch Waldfürst genannt. Okay, okay. Ich weiß, dass ich hier war. Ich weiß es. Suchst du das hier? Elende Heide? Meine Sichel. Gib sie her! Heide. Lernen. Okay. Ich hab die Leiche von dem Typen, der liegt hier vorne, ne? Ja. Auch du, mein Freund, kriegst eine echte Feuerbestattung. Ich kann der Blutspur jetzt nicht wirklich folgen, weil diese tollen Texturen, die das Spiel ursprünglich gar nicht hat und die so extrem super sexy aufploppen. Oh, noch eine Leiche. Verdecken die Blutspur, das heißt, wir müssen die einfach suchen. Wenn die schlimm ist, werden sie realistischer. So, außer das Level jetzt noch nicht so riesig. So, deine Frau ist es, denke ich mal, ne? Komm, wir verbrennen euch zusammen. Weil ihr brennt halt erst die Füße, mein Gott. So. Er schenkt uns den Honig. Er schenkt uns die Wehlen. Wir setzen uns unter seinen Blätter da. Wir essen all seine Blätter und Garten. Er nährt uns. Oh, nein. Farn. Nein. Oh! Hm, ist ihr da? Wir brauchen eine neue Wagenladung mit diesen Farnpflanzen. Und rödelt nicht wieder herum. Wenn ihr schnell liefert, verspreche ich euch sogar einen Bonus. Sieben Statter vereinbaren sechs Goldstücke. Ihr seid mein Ruin. Ich verdiene selbst kaum an diesem Geschäft, aber weil ihr mein Freund seid. Und ich weiß, dass ihr das Geld braucht. Egal. Besorgt mir die Skullzeug. Warte mal da. Gehen sie mal los. Ehrlich gesagt, hier sind vielleicht die Heiden oder so. Aber ehrlich gesagt, mal ohne Flachs. Wenn ihr sogar hier anfangen Kinder abzuschlachten, schlachte ich euch ab. Eine Rubin. Entzündet die Lichter in den Versammlungsorte. Okay, wir brauchen... Ich glaube, zwei Rubine waren das. Guck mal, ein Eiltrank. Ein Lärmpfeil. Ah. Absicht. 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 Das ist mir so egal. Hier ist die Blutspur auf jeden Fall. Was ist das denn? Und hier geht das Blut auch weiter. Was? Hier? Bringt die Kinder zum Versammlungsort. Rasch. Aschkei. Aschkei. Ja, vergeh. Aber vergeh. Ja, er ist ein Riesenschwein. Also das ist echt der Hammer. Die Mechanisten sind ein richtiges Drecksvolk. Die gehören auch ausgerottet. Gut, dass sie unsere Gegner sind. Da kümmern wir uns drum. Ziemlich toter Mechanist. Da ist ein ziemlich lebendiger Mechanist. Traufen habe ich ihn. Nee, nee, nee. Du stirbst, mein Freund. Ich weiß nicht, ob der Rubin jetzt heute nicht irgendwo hier draußen war. Schöne große Pflanzen hier übrigens. Leuchtstabler, den brauche ich. Das war's. Was war's? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Cool, va? Ja, das wollte ich jetzt nicht wirklich. Was ist mein Rubin? Wir haben die Lichter entfacht und dem Waldfürsten die Augen geöffnet. Was gibt es noch zu tun? Jemand muss bleiben, um die Mechanisten aufzuhalten. Wir brauchen dich, Birke. Nein, bitte geht. Sofort. Geister sind sehr authentisch. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Ich meine, die lagen irgendwo hier im Wald. Der zweite Rubin. Und das Problem ist, eine ganz einfache Nummer. Aufgrund dieses wunderschönen Grases, was wirklich eine Erweiterung ist und die ihm auch gut gefällt, sehe ich halt nichts. Ein Rubin fehlt also noch. Das andere Auge. So, weiter machen wir es mit euch. Ich weiß nicht, ob ich das Doppelstockgebäude... Warte mal hier, warte mal. Okay. Mechanisten, Streitkolben, scheiße, ey. Da liegt der Rubin, ja. Ich habe ihn gesehen. Bevor das Gras drüber geploppt ist. Sehr gut. Ja, doch schnell, als ich dachte. Guten Tag. Die sind ja ganz schön einmarschiert, die Mechanisten, ne? Kam sich so richtig geil vor. Okay, das Portal öffnet sich. Arschbombe! Oh, tut mir aber leid. Nicht. Kann man tatsächlich wieder zurück? Das wusste ich gar nicht. Aber ist ja cool. Gut, mein Portal geht aber in zwei Richtungen, ne? Also, Arschbombe. Na gut. Dann bauen wir mal. Ich bin wohl immer noch auf der richtigen Spur. Ja, hier ist Blut. Er verliert aber schon sehr viel, ne? Ich bin falsch abgebogen. Traurig. Hier ist Blut. Äh, hi. Ihr seid zum Glück gar nicht gruselig, oder? Ich fühle mich gerade so leicht beobachtet. Geht's euch auch so? Bin ich hier richtig? Sieht alles so anders aus. Tote Mechanist. Ich mag's, wenn's, wenn's tote Mechanisten gibt. Sieht schon stylisch aus, ne? Dunkle Höhle incoming. Da ist Licht. Hier ist Blut. Okay. Wir sind also noch richtig. Wir können uns bei der Gelegenheit mal speichern, weil wir haben jetzt ja schon wieder hier... Ne, nicht, dass uns wieder was passiert und dann muss man neu starten. Ist auch scheiße. Und da kommen wir. Dann sind wir hier rum. Das heißt ja, ich muss dann in den Dings rein, ne? In die Höhle hier oder was, ne? Jetzt mal. Hier ist Blut. Ja, ja, genau. Äh. Hey, seh ich da was? Nicht so schreckhaft, da war nichts. Wie viele Affenmenschen hier? Die scheinen auch ziemlich stark zu sein, weil sie Mechanisten offensichtlich hier besiegt haben. Moment, 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 Moment. Sagt, meine Wange hat gejuckt. Jetzt geht's weiter. Das sieht ziemlich heiß aus. Da geh nicht einfach rein. Hier ist eine Sackgasse. Dann ist der andersrum gelaufen. Ich hab kein Blut mehr hier gesehen. Hier habe ich noch eine Karte. Äh, ja. Toll, ne? Boah, schlimm ist, dass das hier so hell ist und ich jetzt zurückschalte und dann siehst du gar nichts mehr. So, hier ist Blut. Das Blut sieht man Gott sei Dank um dunkel, weil es irgendwie so Neonblut ist. Das ist kein Problem. Yeah. Nichts mehr da. Erledigt. Ist dann noch einer? Ja. Ja. Von der Frage, warum ich mich hier töte. Es gibt hier keine friedlichen NPCs, die mir irgendwie wohlgesonnen sind. Oh. Schritt des Glaubens. An alle diejenigen von denen ich hoffe, dass sie sich hierfür interessieren. Wie soll ich anfangen? Ich bin in einer Position, die es mir ermöglicht, euch zu dienen und Leben zu retten. Doch nun, da ich diese Zeilen schreibe, bezweifle ich selbst, dass ihr mir vertraut. Warum sollte ein Offizier der Stadtmacher den heidnischen Tricksern helfen? Doch ich schwöre euch, ich sage euch die Wahrheit. Ich habe euch bereits geholfen, auch wenn ihr dies vielleicht nicht wisst. Zweimal sah ich eure Agenten bereits auf den Straßen der Stadt und zweimal blickte ich in eine andere Richtung. Ja, ich habe euch geholfen und ich bringe mich dabei selbst in Gefahr. Was passiert, wenn dieser Brief abgefangen wird? Was geschieht, wenn ich eines Tages wieder... Was? Wenn ich eines Tages wieder in... hinschaue? Was? Wieder hinschaue, wahrscheinlich. von einem meiner Vorgesetzten genau in die Augenblicke. Einem Vorgesetzten, der den ausreichenden Befehl gab, jeden Heiden, den ich sehe, zu töten. Fragt eure Agenten und sie werden euch die Wahrheit meiner Worte bestätigen. Dann, wenn ihr mir vertraut, nehmt Kontakt zu mir auf. Dies ist der einzige Brief, den ich offen an euch richte. In Zukunft dürfen wir nur ein geheimes System miteinander in Verbindung treten. Aufricht ist mit den Muslimen. Ja, hat ja super funktioniert. Alter, die schorkeln so hin und her. Okay. Die Kämpfner hätten sie ein Schwert in der Hand, haben sie aber gar nicht. Hier ist es halt los. Ey, das ist echt nicht nett. Uiuiuiui. Kannst du mal nochmal heilen, ja? Ich nehme dir echt beides. Egal. Das Geld. Sag ich mal nicht hinein. Okay, ich glaube wir müssen nach oben. Die Treppe da hoch. Ich wollte mal eben nochmal hier rumlaufen. Mal gucken, ob es was gibt. Ob es hier was gibt. Alter, es ist ein... Ich merke schon bei meinem Kopf schon ganz durch, ob es hier was gibt. So. Ah, hier ist Blut wieder. Okay. So, ich muss gerade eben schnell was antworten. Was haben wir denn hier? Rotenköpfe. Ist ja beruhigend, ne? Werter Freund. Oh, ey, ich kriege E-Mails, die fangen so an. So, ich war sehr glücklich, aber gerade eine schnelle Antwort. Ich schildere euch nun meinen Plan. In Bezug auf die Umwelt und einander Kontakt treten können. Erstens, jede Kontaktnachnahme geht ein Signal voraus. Seht jeden Tag nach. Welche Pflanze am Fenster meines Büros steht. Ist eine Pfingstrose, habe ich eine Nachricht für euch. Ich werde dann um Mitternacht eine Botschaft in der vereinbarten Gasse hinterlegen. Ich bin still sicher, dass einer eurer Agenten die Botschaft augenblicklich weiterleitet, da niemand sonst diese Briefe sehen darf. Wollt ihr mit mir in Verbindung treten, legt am Morgen einen Salbeizweig vor meine Tür. Ich werde eure Nachricht dann zur Mittagsstunde abholen, wie ebenfalls in der vereinbarten Gasse. Weicht niemals von diesem System ab, da ich jeden, der in eurem Namen mit mir Kontakt aufnimmt und diese Regeln verletzt, als Verräter betrachten und im Namen unserer Verschwörung töten werde. Gleiches gilt für Personen, die behaupten, in meinem Auftrag zu handeln. Botschaften, die euch auf andere Weise erreichen, sind als falsch zu betrachten. Und dritte, die von unserem geheimen Bund wissen, müssen zum Schweigen gebracht werden. Allein der Gedanke an Mitwisser ängstigt mich hochachtungsvoll Lieutenant Mosley. Sie wollte doch ihren Namen nicht mehr schreiben. Wer wacht im Winter? Keine Wache im Winter. Er ist ein Schuss! Er ist ein Schuss! Die Nahkämpfer sind gar nicht das Problem. Die Fernkämpfer sind das Problem. Nämlich die echt gefährlichste, die Fernkämpfer. Die gehen wir erstmal nicht her. Die Fernkämpfer sind nicht her. Ich habe irgendwas erledigt. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Schöner Wald. Willkommen bei The Forest. Okay, hier geht es also nicht weiter. Ich bin wieder hoch. Komm ich. Sehr gut. Die Pflaumi nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier? Mein geheimer Freund. Ich habe Neuigkeiten. Bisher dachte ich, Sheriff Truett geht uns aus einem falschen Pflichtgefühl heraus gegen euer Volk vor. Doch leider hat sich die Annahme als falsch erwiesen. Truett wurde gekauft. Ja, von den Mechanisten. Er traf sich mehrmals mit Karas, ihrem Führer. Erst nach diesem Treffen ordnete er die systematische Vernichtung aller Heiden an. Oh, und sie sind so geschickt. Ihr seid nun offiziell eine potenzielle Bedrohung für die Allgemeinheit, die eliminiert werden muss. Ihr und einige andere darunter, auch ein anderer Kerl namens Garrett, den sie unbarmherzig verfolgen. Warum es Karas auf ihn abgesehen hat, muss ich erst noch herausfinden. Ich mache jetzt die Folge ein bisschen länger, bis die Mission zu Ende ist, ne? Bisher konnte er glücklicherweise immer entkommen. Die anderen hatten weniger Glück als ihr und dieser Garrett. Ich fürchte, ihr schwebt in großer Gefahr. Truett ist kein Problem. Aber Karas und seine Mechanisten. Haltet euch von ihnen fern. Ich bin sicher, ihr werdet angemessene Vorsichtsmachnahmen ergreifen. In Gedanken bin ich bei euch. Damit verbleibe ich. Hinter all meinen Problemen stecken also diese verfluchten Mechanisten. Tja, so ist es. Ich hoffe, der Kerl verblutet nicht. Verehrte Mitbeschwörer, ich stimme euch zu, dass es an der Zeit ist, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Maßnahmen, die ich nur ungern ergreife, die jedoch unabdingbar sind. Sheriff Truett muss in der Tat beseitigt werden. Wenn Truett erst einmal weg ist, erhält die Stadtwache neue Befehle. Meine Befehle. Das ist die einzige Möglichkeit, eure Sicherheit zu gewährleisten. Und das Ansehen der Stadtwache zu retten. Oder was davon übrig ist. Ich werde euch meinen Plan in wenigen Tagen mitteilen. Sucht in der Zwischenzeit nach einem Agenten, der bereit ist, Truett zu töten. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich... 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 Ich sinne nicht auf Rache. Die Erde ist meine Zeugin. Nun habt ihr meinen heiligen Eid darauf. Ich möge verflucht sein, wenn ich ihn breche. Nun, eure Antwort. Ich stimme euch zu, dass... Gut. Die Erde ist deine Zeugin. Tja, wir haben zwar nicht das Ziel erreicht, die Karte zu finden, aber irgendwas anderes haben wir geschafft. Und, äh, ganz kurze Erklärung. Victoria ist ein Charakter aus dem ersten Teil, die mit dem Antagonisten des Spiels gemeinsame Sachen macht. Und den Antagonisten besiegen wir halt, logischerweise. Und... Tja, sie ist jetzt halt noch übrig, sie hat's überlebt. Tja, und jetzt machen wir mit ihr gemeinsame Sache gegen Mechanisten. Ja, was kann denn besser sein, als mit einer Baumfrau gegen Mechanisten anzutreten? Ich meine, hey, die ist doch völlig vertrauenswürdig. Na egal, wir machen's einfach. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, euch hat's heute wieder gefallen. Wir sehen uns dann. Macht's gut, tschöp, tschöp, tschau, tschau.